Hi Freunde und herzlich willkommen, hier war Archie Gaming, Flo von dem Start, heute mit dem neuen SPC-Gottes, Montag, nauer Tag zum Ultimate Team of the Season, wir gehen wieder rein in die Tagessammel der Upgrade SPC, wir haben Tiago Alcatara als Flashback, 94er-grade Karte als Spieler SPC heute, es wird schon ein bisschen geteased in Bezug auf EM-Modus, Weg zu Ruhm, Counter und Challenge und wir haben natürlich heute vor allen Dingen Player Picks, 5 Abschluss Player Picks, 1 Abschluss Player Picks, wir gehen in mehr rein, stellen uns die Frage, top oder doch eher flop, wir gucken uns alles tolls an und damit let's go! und rein ins Video! aktiviert gern kostenlos die Glocke, ihr schaltet so wie jeden Tag ein, also aktiviert auch gern die Glocke, Freunde, und holt das gerne nach! Ja, wie eben erwähnt, wir haben also auf jeden Fall hier Alcantara, wir haben Countdown, wir haben die Player Picks draußen, 85-plus-Player-Pick und wir haben weitere Tots SPC, und zwar die League-On-Tots-Upgrade, das haben wir ja wie gesagt jetzt in den letzten Tagen immer aufgeführt, ja, Premier League, hatten wir Bundesliga, League-On, das geht ja jetzt eben zum Ultimate-Tots die ganze Zeit so weiter. Machen wir direkt bei dem Anfang, bei den Eingangs-Plus-Player-Picks, das ist keine Überraschung, eine Woche unendlich da und wir haben hier seltene Spieler ein, 8 Spieler, Goldkarten, die wir abgeben müssen, nichts Unbekanntes, ganz willkommen! Dann die League-On-Tots-Upgrade, wir kennen sie alle, jetzt auch eine Woche am Start, 87er-Grand-Squad und ein Tots außer Ultimate-Champs-Tots, logischerweise einmal hier abzugeben. Dann die dritte SPC, die 85-plus-Profi-Wahl, die natürlich wieder pro Tag dreimal eben wieder rüber am Start ist und sich alle 23 Stunden refresht, aber eben nicht eine Woche komplett da ist, sondern eben drei Tage, und da haben wir beim 85-plus-Player-Pick bei der Profi-Wahl insgesamt 84er-gerateten Squad, den wir abzugeben haben. Gehen wir gleich zu, Freunde, und dann haben wir eine interessante SPC, ich bin mal gespannt, was eure Meinung ist, also meine Meinung zu dieser SPC, wo es heißt, meistens die tägliche Challenge, um ein Pack mit zwei seltener Goldprofis zu erhalten, dass diese SPC wirklich nur da ist, um sozusagen, ja, zu teasen, im Endeffekt so ein bisschen, äh, schmackhaft zu machen, den EM-Modus, und so langsam den Hype aufzubauen, wenn wir denn wollen. Denn, und jetzt kommt's, das Ganze läuft nur zwei Tage auch, in 23 Stunden wird es beflasht und ist einmal wieder rüber. Warum ist die SPC sonst da, Freunde? Ich weiß es nicht, und vor allen Dingen, wenn wir sehen, was wir abgeben müssen. Voraussetzung, Profis aus dem selben Land, derselben Region, genau elf, in der Start elf, und als der Spieler im Team sind elf. Ihr seht richtig, Freunde, ihr braucht keine Goldkarten abgeben, es können auch Bronze-Spieler sein, und in dem Fall natürlich Non-Ware. Wir sind jetzt einfach mit den Chinesen gegangen, wir haben so viele Chinesen im Verein, alles natürlich bei mir untrade, und dann holen wir uns mal das zwei seltene Gold-Profit-Pack einfach mal so ab, ja, warum auch nicht, ja. Ob man da jetzt reingehen muss oder nicht, ist definitiv eure Sache, und dann natürlich die Daily, der Daily Reminder von meiner Seite aus, an euch alle draußen in die Tagesordnung mit der Upgrade SPC zu gehen, Freunde. Wenn ihr es nicht vergessen wollt, schaltet einfach jeden Tag hier ein. Ich bin Daily für euch, mit dem 19 Uhr Content am Start, ohne Fail. Also, lasst die da dafür, und ja, Bronze-Spieler, zack, geben wir einen ab, dann 81-Doll-Pack, kriegen wir zurück, ja. Also, auch in dem Vergleich hinkt diese andere SPC, dieser Weg zum Ruhm-SPC, ein bisschen. Aber gut, sie ist auf jeden Fall da, und baut langsam, aber sicher, Hype auf. Ja, und dann haben wir eine Thiago-SPC, wo ich es ein bisschen wiederholen muss, was ich auch gestern gesagt habe, Freude, Power-Curve-mäßig, wir haben Thiago Alcantara draußen. Es sind nur drei Segmente, wir haben zwei Wochen Zeit, und zwar ist es ein Flashback auf seine tolle Saison. Es ist da 2021 eben bei Liverpool. Wir müssen nur drei Segment abgeben, in 86ern, 88er und 89er. Ja, Liverpool-Spieler, Premier League-Spieler, also sonst keine weiteren Voraussetzungen. Da sieht man schon, ja, also nicht wirklich viel müssen wir abgeben. Es wird eine relativ günstige SPC. Ich gucke mal gerade, ob schon der Preis da ist. Es sind 270.000 Münzen, laut Footbin, jetzt kurz nach 19 Uhr. Das wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen ändern. Dadurch, dass sie so günstig ist, ist sie positiv zu sehen, finde ich. Auf der anderen Seite, wir müssen uns die Karte mal explizit anschauen. Ja, wir haben 5-Star, 4-Star, wir haben Hocharbeitsrat, 1,74 Körpergröße. Ein Thiago, den man endlich mal wieder spielen kann, wenn man denn Fan ist. Liverpool-Fan sowieso ein Muss, Thiago-Fan muss man es auch machen. Vielleicht so ein, ja, Past and Present Bayern-Squad, man weiß ja nicht. Ja, je nachdem, was ihr Bock habt. Dribbling-Stats sehen natürlich geistkrankt gut aus. 92 Schuss, 94 Passspiel, die Dribbling-Stats auf jeden Fall outstanding. Aber, und jetzt kommt das große Aber. In Bezug, oder sagen wir mal so, auf der Position der ZM-Karte. Da habt ihr natürlich bei euch in der Road to Glory, auf eurem Account, ich sage es jetzt mal, mindestens drei. Bei, wenn nicht sogar mehr, fünf Richtung zehn Top-Alternativen auf dieser Position. Was ich ein bisschen blöd finde bei der Karte, vielleicht als kleinen Minuspunkt, dass er eben nur die ZM-Karte drin hat. Ja, keine alternativen Positionen wie ein ZOM oder ZDM. Das kann ich nicht 100% verstehen. Hätte hier auf jeden Fall meiner Meinung nach richtig gut gepasst. Ja, und wie gesagt, wie ich es gestern auch schon gesagt habe mit den Spieler-SPCs, man muss sich jetzt immer die Frage stellen, es ist Juni, in Bezug auf die Alternativen, hey, brauche ich so eine Karte denn eigentlich jetzt noch in meinem Squad oder habe ich eben eins, zwei, drei, vier, zählt mal bei euch durch, eben genau solche Typen vom Spielstil oder generell von der Power Curve, genau ähnliche Karten schon eben im Verein und lasse dann diese SPC zum Beispiel einfach links liegen. Ja, das kann man auf jeden Fall überlegen. Entscheidender Pass ist da Technik und Trivella als Playstyle Plus. Insgesamt zehn Playstyles hier am Start mit den normalen Playstyles mit dabei. Aber wie gesagt, man kann es auch genau andersrum sehen und sagen, hey, die SPC ist zwei Wochen da, es sind nur drei Segmente. Und innerhalb der zwei Wochen mache ich den einfach mal links nebenbei so, ja, ready to go, wenn ich lieber weiß, wo ich sonst bei SPC einfach reinknallen soll. Ja, auch das würde ich absolut verstehen und insofern hier völlig legitim. Ich bergspiel auf eure Meinung zu dieser Thiago-SPC, wir gehen gleich bei Football mal in den Vergleich rein. Ich würde aber sagen, jetzt aufgrund der Tatsache, dass heute Montag ist, ja, Player-Pick-Time, Freunde, würde ich sagen, fangen wir jetzt erstmal weiter an und zwar mit den Player-Picks. Let's go und rein da. So, Freunde, fangen wir direkt mal an mit dem 85 Plus-Player-Pick bei mir auf dem Account und öffnet es in 3, in 2, in 1 und let's go. Oh ja, das ist natürlich schon mal der maximal schlechte Start. 3,85er, wo ist das Plus-CA? Wir haben keinen von denen am Start, wir nehmen jetzt einfach mal Stones, zack. Oh my good Lord, das kann nur besser werden. In die Player-Picks, in die weiteren, gehen wir gleich rein. Jetzt erstmal als nächstes will ich mit euch in die Ziele gehen, da können wir es kurz machen, da ist heute nichts Neues am Start, aber da auch nochmal die Änderung, ja, vergesst nicht, den Braus-Spieler abzugeben. Das fünfte Mal jetzt schon für 84 mal 2er-Pack, Tots-Garantie-Pack, der Gruppen-Award und morgen dann 83 mal 5er-Pack für nur einen Braus-Spieler abgeben. Ich würde sagen, das ist ein sehr guter Trade. Ja, und damit gehen wir dann zu den Shop-Packs, zu den Kleinen, die wir jetzt gerade eben freigeschalten haben und gucken mal, was da denn schönes so drin ist. Erstmal natürlich das Preview-Pack, vergesst nicht, euer Preview-Pack zu öffnen. Ich frage mich auch, warum ist dieses 10-Münzen-Pack eigentlich nur eine Woche da und warum kommt das nicht einfach jeden Tag raus, das 10-Münzen-Pack? Es wäre einfach geil gewesen, jetzt zum Beispiel mit Tots, wenn das einfach, ja, daily gekommen wäre. Dann sind wir ehrlich, alle 4-2 Stunden Refresh, wen hätte es denn gestört? Wen hätte es denn gestört? Einfach niemanden. Einfach niemanden. Enko ist dabei, nichts Interessantes. Und dann kommen wir mal hier zu den Kleinen Packs. Zwei-Seltenes Gold-Probe-Pack, nichts Blaues. Portugal. Boah, ich ziehe heute nur Portugal vorne. Ich habe so viel Port... Uh, Jota, nice. Guck mal, aus so einem Pack ein 85er und eben aus dem Player-Pick ist es auch ein 85er. Also da hat das Pack jetzt alleine schon wieder quasi mehr gegönnt als eben der 85er-Player-Pick. Aber wir haben gleich noch weitere vor uns. Und grundsätzlich, wie gesagt, wenn ihr genug Futter habt, speziell auch 84er-83er, werdet ihr definitiv haben durch die 83er-Pack alleine. Ja, dann ist das auf jeden Fall eine sehr gute, craftable SPC für die nächsten Tage. Und here we go. No. Schlimm, was machen wir jetzt im Best-Of? Heuberg und Benazir. Da haben wir nämlich zwei weitere 84er wieder back im Verein. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den Player-Picks. So, und der nächste für den Abschluss-Player-Pick, bitte, ey, mach den Gönner-Modus ein bisschen an. Okay, gerade doch gerettet. 88er-Kimmig. Holy Macca-Roni. So, wir machen gleich weiter, Freunde, mit den nächsten Blampings. Jetzt erstmal der Ausflug zum FUTBIN und zu Thiago. Und für euch nochmal kurz der SPC-Überblick. Also, ich finde, es ist mehr oder weniger ein typischer Montag. Ein bisschen out of nowhere hier, wie gesagt, diese Path to Glory-Countdown-Challenge. Lasst euch wissen, was eure Gedanken zu der SPC sind. Und grundsätzlich, wie gesagt, es ist leider nur ein zwei seltenes Goldspieler-Pack. Aber wenn man sieht, was man dafür abgibt, ja, also elf non-ware Bronze-Spieler, ja, aus einer Nation, dann ist das okay. Ja, also, wie gesagt, ich hatte jetzt ein 85er zum Beispiel drin mit Jota. Ich würde es einfach machen, die SPC jetzt die letzten zwei Tage mitnehmen und dann mal gucken. Vielleicht zieht er ja sogar ein Ultimate TOTS. Ja, und dann haben wir die Legault-TOTS-Upgrade. Die nächste am Start, natürlich ein Win. Generell auch schon vorher, das wäre extrem günstig gewesen. 70k würde ich definitiv mal machen. Ein 80-plus-Player-Pick ein Win und auch der 85-plus-Player-Pick, wie gesagt, da auch nochmal die Erinnerung, die ist drei Tage da, die andere sechs Tage oder sieben Tage. Also nur die Hälfte. Das heißt, hier würde ich jetzt als Erste reingehen und dann natürlich hier und da, je nachdem, wenn der Non-Rest zieht, logischerweise Hauptfokus auf die 81-plus-Player-Picks definitiv liegen. Aber die 85-plus-Player-Pick jetzt zum Ultimate TOTS zu bekommen, Freunde, unabhängig von den ersten zwei, die wir jetzt gerade schon im Video gesehen haben. Das ist grundsätzlich sehr sehr geil. Ihr hättet auch eine 84-plus-Player-Pick SBC raushauen können. Nein, sie machen eine 85-plus-Player-Pick. Damit sind schon einige, ja, vom Rating her definitiv raus. Und dann Alcantara, da wollte ich jetzt mit euch gemeinsam mal kurz anschauen, wie sieht es denn da aus? Wir haben die 87-ger-Graded-Karte, vor allen Dingen ein gutes Pace-Upgrade, generell richtig guter Schutz, auch ein Dev-Upgrade und die Füße dazu gekommen. Also einfach viel ausgeglichener gemacht. 5-Sterne, 4-Sterne, Upgraded von den 8-Sternen vorher, 5-Sterne, 3-Sterne hatte er ja. Das kleine, feine, was ich so ein bisschen blöd finde, hier hat er auch nur ZM-Karte, ZOM, ZDM, hätte er meiner Meinung nach mindestens auch als Seconds-Positions sozusagen bekommen sollen. Aber dass es ein Upgrade ist, brauchen wir gar nicht drum herum reden. Sieht relativ nice aus, aber auf der Position, ja, können wir jetzt wie gesagt diskutieren. Und ich weiß auch nicht, wen habt ihr vielleicht in Rot gezogen? Habt ihr schon Bellingham da stehen? Oder Valverde auf der Position? Da muss jeder für sich selber schauen. Hier, Valverde jetzt auch witzigerweise direkt daneben bei. Grimaldo, der auch ein wunderbares ZM gibt, beispielsweise, auch ein Top-Kandidat. Ja, Musiala kann auch ZM starten. Also, Rice auch eine weitere Top-Aktion. Also, wenn ihr da schon gut bedient seid, kann ich auch voll verstehen, dass das sagt, ne, Thiago, mach ich nicht. Und deshalb würde ich nochmal die Argumente das sofort eben aufgreifen. Wenn ihr Liverpool-Fan seid, geht rein. Wenn ihr Spanien-Thiago-Fan irgendwie in diese Richtung, wenn ihr Salah habt, wenn ihr irgendwie den Liverpool-Squad sowieso weiter quasi, ja, machen wollt, dann macht die SPC. Jeder wird seine Beweggründe haben, deshalb schreibt mir eure Beweggründe, die SPC zu machen oder eben nicht zu machen, mal rein in die Kommentare. Ja, und damit gehen wir jetzt wirklich rein, und zwar in die nächsten zwei, äh, oder in die zwei neuen Player-Big-SPCs. 1.8+, 5.8+, lasst sie gönnen. Let's go. So, und wir starten rein mit den 1.8+, Player-Picks oder 10 Player-Picks insgesamt. Wir haben jetzt hier aber auch ihr seht es unten links, äh, 3x, 5.8+, Player-Picks. Ja, und jetzt können wir mal uns entspannt einen Überblick machen, sind die SPCs top oder doch eher flop? Dass die 1.8+, Player-Pick-SPC eine Top-SPC ist, das haben wir Woche für Woche bis jetzt auf jeden Fall bewiesen. Ähm, und, äh, ja, zu der anderen Player-Pick-SPC, die immer da rauskommt, ich sag's euch gerne Woche für Woche auch da wieder, geht da gerne rein, wenn ihr A, das Futter E habt, wenn ihr B, nicht weißt, wo soll ich sonst mit dem SPC-Futter rein, hier, und dann hoffen, dass halt ein Ultimate Tots die nächsten Tage um die Ecke kommt, ja, wie wir immer schön sagen, Freunde, die Hoffnung stirbt zuletzt, wir hatten vor zwei Videos, vor zwei Tagen, war es soweit, Freunde, da hab ich auch gesagt, Freunde, die Hoffnung stirbt zuletzt, das Beste kommt zum Schluss, ich hab's immer und immer wiederholt, und was war im letzten Pack, ein Musialer war im Start, also insofern, wirklich, einfach niemals aufgeben, ja, ich hab so viele Kommentare auch die letzte Zeit jetzt immer gelesen bei euch, bei YouTube in den Kommentaren, äh, ich glaub, es sind gar nicht mehr Packs, etc., pp., doch, es sind immer noch in Packs, auch wenn's gefühlt nicht danach aussieht, ich hatte auch noch kein Tots-Pack-Lakreute, Savio, jawoll, ein bisschen Rating, ne, wird auf jeden Fall mit, generell auch, Rob Diaz mit dabei, nice, aber Savio, 93er, Big Futter, sehr, sehr nice, sehr, sehr nice Geschichte, also da in dem Fall auch, das Beste kommt zum Schluss, und damit rein in die nächsten Picks, so, was haben wir jetzt am Start, und zwar haben wir 10, 81 plus Picks, und 3 mal die 85 plus Player Picks, also heute viele Player Picks, auf jeden Fall am Start, Freunde, es lohnt es bis zu Ende dran zu bleiben, oh, und aus dem 81 plus Pick Trippier, das nehmen wir sehr, sehr gerne mit, machen gleich bei mir auch noch ein paar 81 plus Picks, auf der Road to Glory, ähm, und, äh, den letzten 85 plus Player Pick, bei mir auf der Road to Glory, wow, guck mal, da ist wieder Laporte drin, werde ich zum Beispiel dann, äh, entspannt jetzt in den nächsten, 3, 2 Stunden, sozusagen, oh mein Gott, doch recraften, was ist denn hier los, Freunde, 91er, Debräune aus dem 81 plus Player Pick, Parero aus dem nächsten 81 plus Player Pick, holy macaroni, oh mein Gott, Freunde, also, da fallen mir nur zwei Sachen ein, entweder die, oh mein Gott, 87er Oberlauf, entweder die, oh mein Gott, entweder, nächster Workout aus dem 81 plus, da willst du mich verarschen, entweder die 85 plus Player Pick, komplett weglassen, oder, oh mein Gott, aus dem 81 plus Player Pick, Nick Foden, willst du mich verarschen, GG, oh mein Gott, lass mich doch kurz meinen Gedanken zu Ende führen, oh mein Gott, ich kann es gerade nicht glauben, ach du heiliges, lass uns doch die 85 plus Player Pick machen, oben Diaz, here we go, next one, und, blau, ei, nein, Hegerberg, oder hast du jetzt mal einiges an der SPC Futter, uiuiuiuiuiuiui, und, nächster 85 pluser, ja, und das ist jetzt der Punkt, lass mich mal in Gedanken kurz weiterführen, Freunde, entweder benutzt die 81 plus Player Pick SPC, komplett, alleine, oder zum Craften von der 85 plus Player Pick, um in den nächsten drei Tagen die 85 plus Player Pick mitzunehmen, aber, das zeigt, dass selbst aus den 81 plus Player Pick, was richtig Geiles, um die Ecke kommen können, tot, wir haben es jetzt gesehen, wir phonen, aber ihr seht es hier auch, mit dem Boyen und Co, richtig, richtig high rated Spieler, also, wir starten weiter rein, Freunde, 20 81 plus Player Pick sitzt hier am Start, und, und, wir haben, 3 85 plus Player Pick natürlich am Start, und um den Gedanken, wie gesagt, jetzt gleich nochmal vorzuführen, ähm, die 1er plus Player Pick nutzt ihr entweder, ihr seht auch hier jetzt mit den ganzen 84er, Karasko, Ford, und so weiter und so fort, Gabriel der Nächste, um diese 5er plus Player Pick weiter zu craften, und dann, zweitens, eben zu hoffen, wie jetzt eben mit Foden, dass da halt ein Ultimate Shots drin ist, das wäre natürlich das Loin Plus Ultra, oder halt sowas wie De Boyen, das schön high rated SBC-Futter, Walkouts oder höher, wie jetzt hier Renard, ja, also, darauf würde ich gehen, ja, also quasi die Basis, ich werde ja immer x oft, ich weiß ja nicht, wie oft immer ich gefragt werde, wie craftet man, wie grindet man jetzt den Goretzka, und Renard drin, let's go, ähm, legt den Fokus auf die 81 plus Player Pick, weil da kriegt ihr alles weitere raus, das ist die Basis von allem, und dann, könnt ihr mit dem, was ihr da recraftet, guckt euch das an, 85er nach 85er, 83er sind dabei, 84er sind da mit dabei, damit könnt ihr dann die 85 plus Player Pick craften, und was wollt ihr dann mehr, und da werdet ihr mindestens, Walkouts, Tots, früher oder später, definitiv Safe Call, daraus ziehen, ja, also 20 Stück, wie gesagt, jetzt hier gleich durch, der 20. hier, dann nochmal mit Reus, und jetzt, er hat sie schon ready gemacht, weil er halt eben auch so viel Futter hat, jawohl, den Binja von der nächsten Team of the Season, hat er auch schon am Start hier, next one, ah, Girelli, das ist das, was wir nicht sehen wollen, aber zumindest noch Walkouts, und dann haben wir Bernardo Silva, als highest rated, und damit rein, in die nächste, wir haben noch viel vor, so, so Freunde, weil die 81 plus Player Pick, unter anderem eben, Foden gegönnt haben, haben wir jetzt die 10 weitere 81 plus Player Pick am Start, also, wir halten fest, die 81 plus sind die Basis, von allem anderen, aber ich will nicht, die 85 plus Player Pick, SPC grundsätzlich schlecht reden, Freunde, nein, das ist ein Top Rating, jetzt zum Ultimate Tots, was ihr hier da rausgebracht habt, ein 84er Greater Squad, ist völlig legitim, und das sage ich euch, woche für Woche, Freunde, wir können mit der kleineren Player Pick SPC, wunderbar, generell SPC's craften, was sowieso normal ist, ja, aber dann auch, in diesen anderen, higher rateden Player Pick, und das ist einfach traubhaft, ja, also, es wird jetzt die nächsten Tage, vor allen Dingen eins geknallt, und zwar diese 81 plus Player Pick SPC, wer das nicht macht, dem kann ich leider auch nicht weiterhelfen, Freunde, ähm, natürlich brauchst du dann auch das Pack Luck, was wir jetzt eben hatten, vorhin immer noch über 500.000 Münzen wert, 520.000 Münzen stand jetzt, also das ist, das ist Definition crazy, also, wenn ihr dafür nicht Liebe da lasst, dann kann ich euch auch nicht mehr weiterhelfen, ja, Wahnsinn, ja, aber jetzt hier zum Beispiel 10 81 plus Player Pick, macht sie ready, ihr guckt, guckt mir jetzt mal hier vom Rating euch das an, da habt ihr schon die Hälfte von dem 1,5 plus Player Pick ready to go, oder ihr macht ein Team of the Week, grindet ihr, craftet ihr, ja, oder, 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 genug SPCs sind da, 83 mal 10er Pack, zum Beispiel, maybe, So Freunde, und wir starten jetzt mal, und zwar von der linken Seite, mit den 85 plus Player Picks, und fangen mit 89er Casimiro an, muss gerade mal lesen, er hat insgesamt am Start den 85 plus Player Pick, und, was hat er geschrieben, 20 mal auch die 81 plus Player Picks, oh my god lord Freunde, und wir gehen bei mir auch nochmal in die 81 plus Player Picks, also zählt mal gerne mit, wie viel generell an Player Picks um die Ecke gekommen sind, aber, wenig sind das heute definitiv nicht, aber es ist wunderbar, dass ihr halt den ersten Eindruck bekommt, von den SPCs, und, ich hoffe, ich habe euch jetzt eben auch einfach nochmal, detailgetreu erklärt, hey, wie funktioniert es beim Craften und Regrinden, und, und, und so weiter und so fort, ich kann mir allen vorstellen, dass viele jetzt die 85 plus Player Pick SPCs, so sagen, oh, wie soll ich das denn machen, ja, aber wie gesagt, der Fokus ist immer, dann die 81 plus Player Pick, und daraus heraus, dann wunderbar, das andere Craft, und, ach, Renard again, nicht vertippen jetzt hier, 88er Rating, nehmen wir sehr gerne mit, nächstes, Back to Back, 88er auch sehr sympathisch, Renard und Pop, und 85er Martinez, sehr geil, auch top, äh, dann haben wir Olmo, 83er, zack, und auf die nächste Seite, oh, der nächste Workout, mit Quara, so, 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 so kann es doch weitergehen, so kann es doch weitergehen, ja, und da definitiv immer auf Rating gehen, egal ob Duplikat oder nicht, das würde ich euch empfehlen, also besser geht es nicht, oh, Laporte again, Freunde der Sonne, sehr wild, oh, und Alexander Adolf, also, ein Traum, ein Traum, dieser, ein Aspas Player Picks, und, der letzte hier auf dem Account, oh, nochmal, 88er Paredes, was ist denn da los, und hier war das Link, oh, Tods Garantie Pack, jetzt mit Frankreich, Links Verteidiger, na, das hätten wir natürlich jetzt zum Serie A Pack gesehen, gerne, Frankreich Links Verteidiger, und es ist loko, na klar, ja, ja, weil die Frage so häufig kam, Hammer, wie machst du denn eigentlich immer diese Einarspruchs Player Picks, mir geht irgendwann das Futter einfach aus, ich packe euch aufs i auf jeden Fall schon mal ein weiteres Video, ich habe mehrere Videos schon zu Craften, zum Grinden gemacht, und wie man generell viele SBCs und ja quasi machen kann, und auch mehrere SBCs kombinieren kann, um eben an das Gold Futter, Gold Non-Ware Spieler und auch die Gold seltenen Spieler zu kommen, packen euch oben aufs i, vielleicht sogar zwei oder drei Videos, und da könnt ihr euch das Ganze spannend an dem Video nochmal von mir erklären lassen, wir gehen aber jetzt last but not least, und zwar in die letzten 180 Plus Player Picks rein, ja, und, es ist traumhaft, es ist einfach traubar, 86er Parejo, here we go, 84er Chiesa, let's go, Nummer 3 von 5, selbst hier ein 83er, damit können wir arbeiten, Nummer 4, und let's go, oh mein Gott, halt wirklich let's go, Freunde, ja, 87er, und Nummer 5, ja, perfekt, also Freunde, selbst jetzt hier 5 81 Plus Player Picks, 87er, 86er dabei, dann 84er und 2 83er, da kannst du halt einfach nicht meckern, also, ein absoluter Traum, die Player Picks, dass beide da sind, aber natürlich vor allen Dingen die 81 Plus, Player Pick am Eskalieren, ja, einfach geisteskrank, wenn ihr es ansofern, Freunde, lasst gerne Liebe da, wir sehen uns gerne dann morgen zum 19 Uhr Content, hier an gleicher Stelle wieder, hoffentlich wird es ähnlich nice, aber eins muss ich zum Ende nochmal sagen, Freunde, also, der Content, seit dem Ultimate Team of the Season, ja, ist einfach wirklich 10 vor 10, gestern die Evo, hier nochmal das Video dazu, zum besten Evolution, in SC24, hier unten ein weiteres Video, da vielleicht nochmal das Video, wo ich erkläre, wie das Ganze funktioniert, ich sage euch eins, ein Schlüssel des Ganzen ist das hier, und zwar die Tauschvergänger SPC, die läuft noch drei Tage, wird sich dann wahrscheinlich refreshen, dazu weiteres auch, hier im neuen Video, bis morgen, euer Flo von Aschi Gaming, und bis zum nächsten Mal, ciao Leute.